Und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Wir waren richtig viel Enduro fahren. Cross fahren war ich auch. Das seht ihr aber jetzt alles gleich. Meine Cross hing richtig im Schlamm fest. Eine Enduro ging kaputt. Es ist sehr viel passiert. Habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen im Intro. Und auf jeden Fall war das Wochenende viel zu hart für mich. Ich brauche jetzt das Wanauszeit. Schaut rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh! Alter was ist das noch so viel? Jungen, jungen, jungen. Ich bin so dreckig, jetzt zeig ich dir noch hoch. Jungen! Jungen! Ich weiß nicht, die Kante kommt aber raus. Was machst denn du auch? Die Kante hier hat mich voll aus dem Leben genommen. Kommst du da dort? Ja. Ach Jungen. Die Karre kommt jetzt im Arsch. Gequemt wie die Dreckhörer. Hast du das nicht gesehen? Nein! Die ist durch die Luft geflogen. Ich fahr oben! Ja ich auch fast. Ich fahr oben. 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 Achso. Ich verstehe. Ich fahr oben. 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 Ja, das setzen wir heute hier mal richtig in. Ich fahr oben. Ich fahr oben. Ich fahr oben. Ich fahr oben. Das ist oder! Ich fahr oben. Wir haben sehen, ich fahr oben. Ich fahr oben. Ich fahr oben. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR